herzlich willkommen liebe zuschauer zum trading tipp gestern hatten wir über scout 24 gesprochen der internet oder einer der internet favoriten für jp morgan für das jahr 2022 wir gehen den gleichen weg heute noch mal pro 7 ist ja auch eine ja eine der favoriten im bereich des aktionär ist auch von jp morgan als medienfavorit für 2022 erkoren worden kursziel 28 euro wir stehen bei 13,80 euro das heißt eine ein kurspotenzial von über 100 prozent was die analysten hier sehen wichtig wäre natürlich erstmal dass wir wieder über die 14 euro kommen und dann den widerstand hier von november im bereich 15,50 überwinden das allein würde doch erst mal auf sicht der nächsten wochen reichen wenn man das ganze noch mit einem hebeprodukt spielt wir sehen es hier eingeblendet die mc 737 c kostet 14,40 faktor 3 den stopp sollte man bei 13 euro legen wie gewohnt der rückblick auf die letzten empfehlungen wir beginnen mit airbus sehr ärgerlich am letzten freitag im ja in der turbulenten phase ausgestoppt jetzt wieder gestiegen wir wären mit dem schein leicht im plus aber wie gesagt vor einer woche das war die kerze hier ausgestoppt und seitdem ging es aber kontinuierlich nach oben jetzt ist sogar die 200 tagelinie wieder in reichweite bei mark da waren wir doch richtig gelegen 31,85 der schein die empfehlung 34,40 aktuell ungefähr wir sind vor einem neuen rekordhoch window dressing ist das zauberwort also hier würde ich auf jeden fall den schein weiter halten intel dann wieder unter den stopp kurs gefallen nachdem das unternehmen angekündigt hatte mobile an die börse zu bringen oder zu wollen im nächsten jahr ging es aber sehr schnell wieder rückwärts und da sind wir zum glück und da bewahrheitet sich einfach wieder dass man eben enge stopp kurs ersetzt sind wir da ausgestoppt warten mit etwa zehn prozent minus hornbach war wiederum ein volltreffer bei ein richtiger volltreffer empfohlen bei 28 euro 70 jetzt schon 35 70 wenn mir ein kursverlauf anschauen könnte sogar noch höher stehen ich hatte gestern gesagt hälfte raus denn die andere hälfte laufen lassen und so denke ich mal ist das die beste strategie wenn gleich von 110 auf 127 für eine aktie wie hornbach schon außergewöhnlich ist wenn man sich mal die vergangenen monate anschaut also da ist schon langsam die luft dünn sage ich mal scout 24 war gestern noch nicht gut angelaufen warum die kurse so komisch aussehen das bleibt jetzt mal hier dahingestellt aber wir sind noch doch deutlicher vom vom stopp kurs entfernt ich würde normal noch eine chance geben ein zwei handelstage hier die 60 euro zu überwinden gestern waren wir immer wieder mal dran heute im schwächeren gesamtmarkt leichte gewinn mitnahmen aber die chance wie gesagt ist da dass wir in den nächsten wochen hier in dem bereich 65 bis 67 steigen das war es von mir ich wünsche ihnen ein schönes wochenende weiterhin gute kurse machen sie es gut bis nächste woche